3, 2, 1... Kommen wir raus! Das war nämlich ziemlich viel Aufwand und falls es euch gefällt, können wir beim nächsten Mal ja vielleicht noch ein kleines bisschen längeres Video machen, wo wir dann mehr Leute befragen. Aber jetzt viel Spaß! Wie viele Klicks machen Sie so in der Sekunde? 15 Let'shits, aber wer spielt zur Zeit schon ohne Klicker? Was ist Ihr Lieblingsserver? Früher Hive, aber sind ja nur noch Hacker, deshalb basiere ich jetzt auf Bettline. Was halten Sie davon, gut ausgerüstet zu sein? Nicht viel. Ich gönne mir Steak, Steak, Klatsche, ein paar No-Hands und schnappe mir das Feast. Wo befindet sich der Rudolfplatz? Richtung 2, Nähe 0,0. Wie gehen Sie mit Teams in S.G. um? Immer schön FNS-Payment und wenn es nicht anders geht, mache ich mich an. Wovor fürchtest du dich hier am meisten? Ja vor den Stopern, ich muss die ganze Zeit so gesneakt rumlaufen und das ist echt scheiße, man. Auf welchem Server hältst du dich am liebsten auf? Früher auf Hive, aber da sind nur noch Hacker, deshalb basiere ich jetzt lieber auf Bettline. Was ist Ihr Minecraft Lieblingsserver? Also ich muss ehrlich sagen, ich spiele am liebsten auf Timolia. Also echt, Gomme ist viel besser. Wie würden Sie Ihren Skill beschreiben? Ja, Invis regelt immer. So, ich muss jetzt einfach sagen Richtung… Das ist Richtung 2, also er stellt eine Frage? Richtung 2 in der Nähe von 0,0. Das ist Richtung 2 in der Nähe von 0,0. Das ist Richtung 2 in der Nähe von 0,0. Das ist Richtung 2 in der Nähe von 0,0. Das ist Richtung 2 in der Nähe von 0,0. Ich habe gerade den Satz ausfindlich gesehen. Ja, genau. Bist du noch mal gehört? Was? Würde dann einer von ihnen sagen, mein Lieblings-Server ist Timolia. Timolia? Hab ich tatsächlich noch nicht gehört, nein. Und dann sagen sie, ich mag Gomme viel lieber. Und das wär's schon. Okay? Also Timolia war das? Genau, also ich mag, also muss jetzt nicht so sein, der Satz ist komplett, aber ich mag Timolia oder ich spiele am liebsten auf Timolia und dann sagen sie, Gomme ist viel besser. Das musst du dann. Nicht Gommes. Nicht Gommes. Gommes. Am besten schauen sie ihn dabei noch an so, Gomme ist viel besser. Und ich schaue, wo schaue ich hier? Am besten zu mir und dann sagen sie dann zu ihm, Gomme ist viel besser. Ich darf sie dann aber angucken. Ja, ja, ja. Dieser Satz. Vor den ganzen Stompern, es regt mich auf, dass ich die ganze Zeit hier gesneakt rumlaufen muss. Das muss ich sagen. Stompern, wie das Englische treten soll. Noch mal auf, ich rege mich auf, weil... Wo verfürchtest du dich hier am meisten? Nein, das sagt er genau. Vor den ganzen Stompern. Vor den ganzen Stompern. Es regt mich einfach auf, hier die ganze Zeit gesneakt rumlaufen zu müssen. Okay. Also es geht um Sneaken. Okay. Ja, was regt mich auf? Vor den ganzen Stompern, weil es sich hier immer gesneakt. Stompern. 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 S-T-O-M-P-E-R. Stompern. Okay. Muss ich das genau so sagen wie ein Satz? Ja, nee, passt schon. Es geht darum, dass es mit dir geregt wird. Okay. Also du fragst mich, frag mich. Wo verfürchtest du dich am meisten? Vor den Stompern, weil ich die ganze Zeit so gesneakt rumlaufen muss. Sehr gut. Okay.